Ach du Scheiße. Oh, eine Truhe des vergessene Seefahrers. Okay, jetzt müssen wir die Batterien etwas abgeben. Ach, Tom. Jo, hier ist noch. Teil einer T. Hier ist noch einer. Lagerkiste, ja man. Das vor dir kriegst du jetzt nicht. Spring rein. Ja, ne, ja. Oh, oh, oh. Ich geschütten. Wir werden wieder voll geweint. Oh. Da drüben ist noch eine Truhe. Wo? Links, rechts? Vorne, vorne links. Ach so, die da steht, ja. Die Gegner hier? Hä? Nee. Hast du die letzte? Nein. Nee, ich hab nur die genommen, die da lag. Koda schippst du, oder? Das ist noch eine Lagerkiste. Wir haben zwei Lagerkisten. Wieder. Helf dir ein bisschen. Okay, wir müssen jetzt zum... Richtung Süden. Ähm, Nico? Ja. Oder ne, oder irgendein. Ich versuch mal was. Was? Ich setz die mal ab. Auf den, äh, auf den Dings, auf den, auf die stille Treppe. Wohin. Wohin setzt du den? Nee, das funktioniert nicht. Oh. Das schifft gleich drin. Aber gute Idee. Auf die stille Treppe. Wohin hast du den gesetzt? Aufs Ruhe. Aufs Ruhe. Aufs Ruhe. Also, wir haben zwei Lagerkisten. Äh, weil wir müssen das mal ein bisschen sortieren, Leute. Das sind so unzüglich. Hier haben wir noch ne andere Truhe gefunden. Wo war die denn da? Nein, das ist die Truhe der Sorgen. Was ist ne Lagerkiste? Aha, okay. Ähm. Nehmen wir da alles raus, oder? Hier ist ne leere Kiste. Da können wir nämlich unsere Sachen gerade da reinpacken. Nehmen wir die Sachen da raus, oder? Äh, ja, ja, genau. Also, du trägst die ganze Kiste und dann legst du einfach quasi alles, was du hast, kannst du dann einfach auf den Dings legen. Wie heißt das? Der Frau verkaufen, oder so. Also, je nachdem, was man macht. Ähm, Lagerkiste kannst du alles rausnehmen. Ja, das meinst du ja. Ja, genau. Ich hab gedacht, du meinst die Truhe. Ne, ne, die leere kannst du ja dann verkaufen, quasi, oder? Oder behält man die dann? Die kannst du auch verkaufen. Hier ist noch ne zweite. Aber am besten behalten, weil du kannst so fucking viel tragen am Ende. Hast du Cora lenkt? Wäre ich für Schüsse, oder? Ja, wir wären für die Insel geschossen gerade. Genau, Cora, du bist genau richtig. Uiuiui. In die Richtung ist gut? Ja. Perfekt. Hier sind noch Kleinigkeiten. Hier sind noch Kleinigkeiten. Passt noch was in Briggsies Kiste. Also theoretisch passt noch was in Briggsies Kiste. Ich würde sagen, das mit Briggsie machen wir jetzt tatsächlich noch am Ende, weil wir so viel Zeug haben. Übel. Ja, ich würde das auch gern zuerst abgeben. Ich meine, die Quest kann ja nicht wirklich weglaufen, aber... Ja. Da rechts sind Leute. Ja. Ja. Ich sehe das kleines Schiff. Achso, danke. Links sind auch Leute. What? Oh ja. Das ist nicht gut. Oh, der kommt genau auf uns zu, oder? Ja, der linke kommt direkt auf uns zu. Aber das ist ein Skelettschiff. Das kann uns egal sein. Aha, okay. Ja, ja. Und ich glaube, der... Der rechte, der liegt noch auf Anker. Okay. Vor Anker, 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 ihr wisst schon. Wo ist der genau? Ist er jetzt hinten rechts, oder ist er ganz hinten rechts? Ja, ja, ganz hinten rechts, ja. Naja, okay, gut, dann kann uns ja egal sein. Ja. Okay. Äh, könnt ihr gleich, oder ich weiß nicht, Cora, möchtest du einparken, und Nico und ich verpacken alles auf die kleine Dings da, auf das Beiboot oder so? Ja, ja, könnt ihr machen. Äh, Nico, tu die Kisten einfach hier rüber, auf die linke Seite. Guck mal hier. Die hier. Ja, ich mach sie dann leer, oder? Ja, ich weiß nicht, wir haben jetzt schon halb zwölf, also... Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme ist ja schon noch gehen soll. Ja. Also alles abgeben müssen wir auf jeden Fall noch. Ja. Achso, du willst alles... Aufs Beiboot, ja. Einer muss lenken, vielleicht. Ich... Warte noch ganz kurz, bis wir gleich da sind, so richtig. Ich weiß nicht, ob ich... Ich... Ich hätte es einfach von hier unten genommen und hätte es hochgetragen, aber... ja, pipapo, einfach aufs Beiboot, ab an die Seite und dann gibst du alles auf einmal ab. Okay. Es geht ein bisschen schneller meistens. Also alles ins Beiboot? Noch nicht... Je... Je... Je länger deine Kiste oben ist, desto mehr sehen siehst. Pack sie lieber runter. Das ist übrigens nicht wirklich. Ich, ich, doch alles. Also entweder oben oder unten. Ja, ja, erstmal warte... Warte erstmal. Die Lagerkisten sind ja der Shit. Ja, ne? 33 Kanonenkugeln und was weiß ich nicht mehr alles. Segel bisschen raus. Ihr sagt mir, wenn der Anker fallen lassen soll... Segel raus, Liko. Und ich hau den Anker rein. So ist okay. Und ab auf... Aufs Beiboot alles. Oh, Alter. Ist in der Schatztruhe was drin, oder? Da wird gleich geweint. Ich ship mal. Ich hasse das Ding, ey. Ich hasse das Ding. Vor allem wie schnell das geht mit dem Volllaufen. Oh ja. Der ist echt schnell. Geweilenfrauen-Saphir. Oh, was für ein Teufel. Ja, Geweine des Teufels. Okay. Ich mach's... Ich mach das... Okay, ist Art of Gold zu holen. Ich bin... Ich bin dran. Wer kommt mit? Jaja, klar. Ich komm mit. Ich muss grad ne größere Runde drehen. Einfach ohne uns losgefahren, Niko. Wo ist er denn? Warte. Spring... Spring... Spring aber sonst was... Ich... Das Ding hat ne Radios mit meinem Lieberer gesetzt. Ja. Von der Boeing. Salas. Hallo. Hallo. Okay. Tee. Wo verkauf ich Tee? Wissen Sie das? Am Steg. Bei der Frau. Bei der Frau. Tue des Seefahrers. Ein Steg bei der Frau. Bei der... Die vorne glaub ich jetzt es kann. Ich muss eigentlich jemand auf Paul sein. Ja, ne, das ist ein Kerl hier. Ach ne, das ist doch eine Frau. Aber... Hat grad ein bisschen maskulin ausgeschaut. Ach so. Also wirklich. Niko. Genau. Nur nicht diese Truhe von Briggsie, ne? Die Schatztruhe? Die Schatztruhe? Die Schatztruhe ist eh noch auf dem Schiff. Ach so. Okay. Ne, ne, also die Schatztruhe... Von Briggsie. Die hat Knochen oben drauf. Ah, ne, das ist was anderes. Die ist noch... Die ist noch auf dem Schiff. Das geht, glaub ich, alles an die Dame im Zelt. Wo ist die Dame im Zelt? Da oben. Nice. Ah, ja. Riecht gut verkauft wieder. Oh ne, kriegt doch nicht die Dame im Zelt. Äh... Was hast du? Hä, Totenköpfe. Ach, das ist, ähm... Der kommt in die Taverne, glaub ich. Zu der Frau vor der Taverne, wenn's hier alle gibt. Ja, muss es? Hier. Hier ist ne Taverne. Ich glaube bei ihr. Ah ja, tatsächlich. Okay. Danke. Ist ein besonderer Gegenstand. Oh, Jäger der Fortschritte. Fortschritte. Müsst... Mystikmeister der Festungen, was wir jetzt bekommen. Mhm. Mhm. So, Le. Ich geh mal an ein Schiff, ne, und hol die... Mhm. Ha, haben wir gut Geld gemacht, würd ich sagen, ja. Aber hallo. So. Ich konnte... Da. Ganz wichtig... Da ist jetzt nur ne leere Schatzeboe hier drin. Perfekt. Geht ihr sonst noch was? Ne. Jetzt kommt die Mission. Jaaa. Juhu. Na dann, das hat sich doch gelohnt. Auf auf, haben wir bisschen Geld gemacht. Voll gut. Was wir alles gefunden haben und so. Ja, ne? Jaaa. Mhm. Okay, dann. Seid ihr da? Ein Schiffel versenkt. Haie kaputt gemacht. Läuft alles. Go. Viel Spaß. Das ist eine Schätze. Das sind die Briggsie. Mal schauen. Oh, die Wettbewerb. Ein Spiegel. Ich verbringe so viel meiner Zeit mit den Böden. Es ist manchmal zu vergessen, dass sie damals auch Menschen waren. Zu wo, die jemanden. Es gibt niemand ein Hinweis. Es gibt vielleicht so häuen, dass wir, das auch, uns, die Order der Souls denken haben... Bei Recall's Light and Wisdom's Might, the past shall point towards the future! Behold, the true power of the Order of Souls! There are few left with the knowledge to create an artifact with such potential. Gönn dir! Ho, ho, ho und die Buddel voll rum. She may be lurking. Once again, I want you to be cautious. Death has only made her more formidable. Okay. Damit haben wir das. Hat den jetzt jeder? Ja. Ja, okay. Die Jagd nach den verwunschenen Schurken. Ähm, was sind das jetzt denn? Haben wir abgeschlossen gerade, oder was? Oder müssen wir die? Nein, wir müssen die zu Ende machen. Wir haben die Mission noch. Ähm. Oh, wow, wow, wow. Dieser Kompass. Okay, wir müssen dem Kompass nach. Echt? Wir haben es noch nicht geschafft? Nein. Wir können nicht? Okay. Es ist so lost, dass wir nicht... Ja, das ist richtig mies. Da stand aber gerade dran, dass der Fortschritt gespeichert wurde. Ja. Ähm. Dann könnten wir ja theoretisch auch beenden, oder? Ich hoffe es. Wo ist die Chora? Ich... Ich bin da. Äh, du fährst gegen den Stein. Das ist okay. Ich kann nicht anders. Ja, doch. Was? Hast du den Fortschritt gespeichert, oder? Also, ich glaube ja. Das heißt, wir könnten auch führen theoretisch. Ich hoffe sehr. Weil da steht jetzt dran, Kapitel 2. Wo steht das? In dem Missionsfortschritt. Äh... Alter, das sind ja... Das sind ja super lange Kapitel. Ja, weil... Das kann doch nicht sein, dass man sechs Stunden am Stück zocken muss, um hier eine Mission zu speichern. Also mal ehrlich. Mhm. 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 Okay, also dann... Wie die nächste Mission wäre das, mit dem du hast Brixis Artefakte zurückgebracht. Du hast Brixi besiegt. Das müssen wir machen. Und dann sind wir fertig. Eigentlich müssen wir nur noch Brixi besiegen. Mhm. Wo siehst du das? Äh... Wenn du bei verwunschene... Also bei diesen verwunschenen Schurkenbelobigungen hingehst. Wisst ihr, wie man draufkommt? Ja. Auf das Inventar und dann auf Ansehen oben. Ach ja, besiegen. Stimmt ja. Und das ist das Letzte. Und danach ist durch. Ja, genau. Aber ich glaube, jetzt können wir einen Puls... Also... Weil wir die zwei hier abgeschlossen haben. Die zwei Belobigungen. Ich hoffe. Glaube. Und dann gibt es noch eine. Und dann kommt die Kunst des Dreckbetrügens, ja. Diebesstern kommt danach. Oh, ich hoffe es zumindest, ey. Ja. Wollen wir denn aufhören, jetzt? Ja. Ist gut, ja? Ja, okay, gut. Gut. Also wir haben den Schleierbahn auch nicht abgeschlossen, oder? Doch, den haben wir. Nee, da fehlen... Ja, nee, da fehlen uns die Sachen. Da fehlen... Nein, nein. Die Mission... Der Schleierbahn ist abgeschlossen. Es fehlen dann nur noch so diese zusätzlichen Sachen. Nee, es fehlt aber auch noch ein Goldener. Alle Frauen mehr. Ja, genau. Aber das ist nur optional. Der Schleierbahn ist abgeschlossen. Der steht auf dem... Ja, ja. Das weiß ich. Aber einen normalen quasi haben wir noch und zwei blaue. Ja, damit schaltest du wahrscheinlich das Letzte dann frei. Vielleicht, ja. Aber das ist nicht... Äh... Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Supi. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020